Sie kommen mit Babyfotos, Jesuskreuzen und Bildnissen der Heiligen Maria. Die frommen Aktivisten eines Prozessionszuges in der Gießener Innenstadt. Das Ziel ist die Arztpraxis von Christina Hähnel. Hier, so die Vermutung, sollen heute Abtreibungen vorgenommen werden. Darf ich mal fragen, warum Sie die Aktionen heute hier machen? Wir wollen beten. Warum gehen Sie zur Praxis von Frau Hähnel? Aber ganz schön für Sie beten und für die Kinder, die hier nicht leben dürfen. Radikale Abtreibungsgegner, die sich selber lieber Lebensschützer nennen, belagern immer wieder Praxen von Frauenärzten und Beratungsstellen von Pro Familia. Für alle Kinder, die hier umgekommen sind, dass wirklich viel Heil entsteht und viel Erbarmen und Nächstenliebe. Ja, wir danken Jesus auch für die Ärztin, dass sie auch selbst auf die Welt kommen durfte, so wie sie ist. Wir wollen ganz besonders für sie beten. Alles. ine finale. Vielen Dank.